Kein Land benötigt mehr Orientierungsdebatten als das unsrige. Es gehört zum Konzept der offenen Psychiatrie, dass der Patient zumindest tagsüber kommen und gehen kann, wann und wie er will und zudem befugt ist, die Therapie auch auf eigene Verantwortung abzubrechen. Wer am 26. Januar 2022 das dreistündige Event aus dem Plenarsaal mitverfolgte, musste endgültig einsehen, dass es zwischen freilaufenden Patienten und verkleideten Ärzten keine Unterscheidungsmerkmale mehr gibt. Auch weiß hierzulande kein Mensch mehr, wer wem warum etwas sagt. Das Deutschland des Jahres 2022 belegt im Karnevalsmonat quer durch alle maroden Schichten die Bahren der intellektuellen Notaufnahme. Ohne Kompass und bis zu den Augenbrauen maskiert, schleppen sich die Bewohner über die Bühne einer nicht enden wollenden Travestie-Klamotte. Sie glotzen sich auf den Marktplätzen und in den Beförderungsmobilen gegenseitig an, wie verpfuschte Repliken in einem peloponesischen Provinzmuseum. Die letzten Funken an Lebensenergie gelten dem meist plumpen Ermitteln einer weitgehend identischen Gesinnungslage in Sachen Booster, Nazi oder Klima. Ausländer, denen 2006 beim Sommermärchen angesichts der wogenden Flaggenmeere ein wenig mulmig wurde, treffen jetzt auf Einheimische, die ihre Hosen bereits voll haben, bevor sie diese überhaupt angezogen haben. So gegen 11 Uhr, an jenem besagten Mittwoch, flatterten die ersten Helikopter über dem Regierungsareal und verbreiteten fröhliche Walkürenstimmung. Um den, wie man sagt, weiträumig abgeschirmten Orientierungssaal formierten sich Hundertschaften an reichlich behangenen Polizisten, die grünen und blauen Bussen entstiegen waren. Manche bauten rot-weiße Stahlbarrieren auf, andere übten breitbeiniges Stehen oder musterten fachmännisch die träge lauernden Wasserwerfer. Zu den melodischen Sirenen addierte sich das unvermeidliche Blaulichtgeflacker und löste beim Betrachter dieses gewisse Kinofeeling aus. Demonstranten filmten die Szenerie mit hochgereckten iPhones und Polizisten filmten professionell zurück. Zwischen den rivalisierenden Bildgestaltern stolperten vermummte Menschen umher, auf deren Rücken das Wort Presse zu lesen war. Es fehlten nur die beiden Klitschkos und ein Stoßtrupp patriotischer Scharfschützen. Die Reporter der Sendeanstalt Phoenix wiesen schon seit Wochenbeginn darauf hin, dass der deutschen Demokratie mit diesem parlamentarischen Edelformat in Sachen Pro- und Kontra-Impfpflicht eine Sternstunde ins Haus stehe. Sternstunde – dieses mythenumrangte Hauptwort fahren die medialen Milchschnitten hierzulande immer dann auf, wenn sich Volksvertreter jenseits des Fraktionszwangs äußern und quasi sanktionsfrei eine eigene Meinung zur Schau stellen dürfen. Naturgemäß gelingt dies immer dann am besten, wenn eine Debatte von Konsequenzen befreit ist, also lediglich dem Vorfühlen dient und einem Labortestlauf für spätere Zwangsmaßnahmen gleichkommt. Und was eignet sich besser für ein derartiges Live-TV-Spektakel, als der alles beherrschende Krieg gegen das von der Charité traumatisierte Virus und Millionen gottverlassene Zwischenwirte? Angesichts dieses Jahrhundertereignisses verschwanden die Vor- und Nachbeben der beliebten Talkshows in einem kurzen Lockdown und gaben den seriöseren Kollegen die Möglichkeit, mit ihrem vornehmsten Sprachgut ins Grau zu schießen. Moral, Ethik, Gewissen, Freiheit, Abwägung, Staatsräson, Loyalität, Solidarität, Luther, Cicero, Kant, Machiavelli, Montesquieu. Man sieht, diese Sache deutete auf einen ganz schweren Verlauf hin. Während sich das Plenum hinter dem Phönix-Stammtisch mit seltsamen Leuten füllte, warfen die Rotorblätter hoch über Sir Norman Foster's Kuppel idyllische Schattenkreise. Dieses britische Designkonzept, welches unserem Parlament die Krone aufsetzt, scheint von der Idee bestimmt, dem Diskurstempel nach außen hin eine Art Transparenz und Open Society Intimität zu verleihen. Ein neutraler Berlin-Tourist würde beim Flüchtigen betrachten den gesamten Reichstagskomplex eher für ein okkultes NASA-Zentrum halten. Wer zurück im Medienstübchen den Stichwortgebern und Stichwortnehmern zuhörte, fühlte sich in attische Hochzeiten versetzt. Unscheinbare Hinterbänkler verwandelten sich in allerlei Periklisse. Die Kraft der Imagination ließ lockenköpfige Lorbeergeschmückte und biosandalierte Tribunen im weißen Leinengewand Richtung Agora traben und zerzausten Wegelagerern schwungvoll Autogramme geben. Zwischen Demos und Dämonen erglühte die Kunst der Rede und bereits eine Stunde später erfüllten sich die feuchtesten Wunschträume des Plebs. Ein grüner Eulenspiegel namens Till Steffens zitierte tatsächlich den berühmten Athener, das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit und das Geheimnis der Freiheit ist Mut. In Zeitlupentempo verfolgte man den Flug eines Farbbeutels aus der Hand eines antiken Wutbürgers. Wer sich noch an Bonn erinnert, mag mit einem Seufzer anmerken, dass früher alles besser war. Mehr Demokratiewagen, Hodentöter, Arschloch, Nazi, Bolschewik hörte man es brüllen und vorne unter dem Adler brillierten Weizsäcker, Hambrücher, Weener, Brandt und Strauß und lieferten der Nation einen deutschen Rumble in der Jungle mit Hammer und Florett im Instrumentenkoffer. Rhetorik wurzelte noch in der Kultur einer öffentlichen Aussprache mit oft fulminanter Energie in Sachen Unrecht, Freiraum, Chancengleichheit, Steuer, Korruption sowie privater wie staatlicher Kriminalität. Die Verfertigung der Gedanken beim Reden verlangte die Kunst, seine Zuhörer von einer Meinung zu faszinieren und zugleich die handwerkliche Kenntnis von der Wirksamkeit des Vortrags. Beim Pübeln eine Hand in der Hosentasche zu belassen, macht aus Kars keinen Kennedy, vom Rest mal abgesehen. Über Kohl, Kinkel und Steinmeier versackte die politische Rhetorik schrittweise im Keller dauerweihnachtlichen Sermons und 16 Merkel-Jahre zementierten einen parlamentarischen Klimawandel in Richtung Paralyse, Apathie und Narkotisierung. Doch nach jeder Eppe kommt die Flut und angesichts des erregenden Impfthemas versprach diese Orientierungsdebatte zu einer spirituellen Sintflut anzuwachsen. Ganz im maritimen Sinne war zu hören, dass man hier und heute all die verdrossenen Menschen draußen im Land und vor den Volksempfängern wieder zurück ins Boot holen werde. Am Ende eben jenes Tages bezeichnete zumindest ein mitfahrender Schiffsarzt die Debatte als inhaltlich hochwertig. Es handelte sich um den noch freilaufenden Bundesgesundheitsminister, der sich zwischen Markus Lanz, Anne Will und Frank Blasberg eine innerparlamentarische Pause gönnte. In seinem Beitrag zeichnete er das Schlachtfeld einer viralen Belagerung und zitierte den Militärhistoriker Hegel. Dieser habe einmal gesagt, Freiheit sei die Einsicht in die Notwendigkeit und ja, die Freiheit gewinnen wir durch die Impfung zurück. Es gibt viele Menschen, die eine grundsätzliche Skepsis gegenüber Mehrheitsmeinungen haben, doch es ist vorstellbar, dass sie bei journalistischen Bewertungen wie Schande für den Bundestag, Niveau eines Kindergartens oder Sternstunde der Scheißegalität eine Ausnahme gemacht haben. Es fehlte eigentlich nur noch das Grußwort des Davoser Governance Buddhas und ein Zwischenspiel des Wandergitarristen Wolf Biermann. Im virenbedingt nicht ganz ausverkauften Bundeskabarett ging es zu wie an einem Fellini-Set. Young Liederinnen und Lieder, die Kostüme aus dem Merkel-Fundus trugen, bekannte Plagiatoren und bajuwarische Maskenvermittler, ältere Wendehälse und krawattenbefreite Schweinehirten, viel zu früh erkahlte Hornbrillenträger, nervös herumstehende NGO-Investoren, E-Mobil-Lobbyisten, Woke-Kreuzberger-Kiffer und auffallend viele extrem umfangreiche Abgesandte einer wohl überfraktionellen FAT-LM-Bewegung. Ich musste unwillkürlich an Arno Schmitz-Roman Kühe in Halbtrauer denken, verwarf das aber umgehend, um nicht am Ende noch Ärger zu bekommen. Während ein zerbrechlich wirkender SPDler im Hintergrund das Impfen als Weg zur Freiheit an und für sich herausstellte, bekannte bei Phoenix ein flatterhafter CDU-Hesse, man erkenne an Tagen wie diesen eindeutig, dass Deutschland eben nicht mit China oder Nordkorea vergleichbar sei. Man trifft selbst im aktuellen Deutschland selten auf jemanden, der so etwas behauptet. Doch andererseits kann man den Asiaten durchaus dazu gratulieren, dass man sie nicht staatlicherseits dazu gezwungen hat, diese Reden anzuhören. Aber Einhalt, Korrektur, es gab dann doch vier der Würde des Rituals angemessene Redebeiträge. Sie stammten von Gregor Gysi, Alice Weidel und Wolfgang Kubicki, der zu seinem Unbehagen reichlich Lob vom AfD-Block bekam. Und zuletzt von dem linke Politiker Matthias Birkwald, dessen Vater am Tag nach einer Impfung starb, der selbst dennoch geboostert ist, sich aber energisch gegen eine Impfpflicht aussprach. Während er seine Gemütslage sehr bewegend erzählte, führten die Herren Scholz und Habeck ein sehr wichtiges Gespräch und hielten sich dabei die Hand über die Lippen, wie Marco Reus, wenn er vor einem Freistoßtrick seine Mitspieler einweiht. Hingegen beklatschte das Duo wenigstens die sehr selbstbewusste grüne Debutantin Ricarda Lang, die im Stile eines Vorwerkdrückers die totale Impfpflicht forderte, um nicht weiter unkontrolliert von Welle zu Welle zu rutschen. Sie stand allerdings zum Zeitpunkt ihrer Biontech-Reklamesendung bereits unter dem Einfluss eines unkontrollierten Omikron-Alkaloids. Während der jeweils sechsminütigen Redebeiträge wandten sich die Redner immer wieder reflexartig und wohl in Erwartung eines Widerhalls nach rechts, also in Richtung Regierungsbank. Dort saß 16 Jahre lang jemand, der entweder telefonierte, scrollte, schmollte, sortierte, studierte oder in der Regel gleich nach der selbstverlesenen Gute-Nacht-Geschichte im Spiegelkabinett von Udo Walz Platz nahm, nach Brüssel abdüste oder nach Wuhan, gerade noch beizeiten, am 8. September 2019, um der Büroeröffnung des berüchtigten Automobilzulieferers wie Basto beizuwohnen. Das Modell der demonstrativen Antipräsenz hat den Bundestag seither in die Stimmung einer kompletten Vergeblichkeit versetzt. Und wie es unserem autoritären Nationalcharakter eigen ist, folgen Lehrer und Schüler dem Beispiel der großen Rektorin, vertiefen sich während des Gequatsches der jeweils anderen in Unterlagen oder spielen mit aufgesetzter Lässigkeit an neumodischen Tools herum. Wenn man den Ton am Fernsehgerät stumm schaltet, wirken die Bilder wie eine Live-Übertragung aus einem Telekom-Callcenter. An jenem Mittwoch wurde der mächtigste Platz Europas von dem neuen Bundeskanzler Olaf Scholz in Beschlag genommen, der den leicht erhöhten Sitz dem unbeherrschten Lachanfall einer rheinischen Frohnatur verdankt, die im Nachhinein auch als eine Art Flutopfer zu gelten hat. Doch auch an der Elbechaussee hat sich mittlerweile das süßlich-milde Siegergrenzen aus dem Gesicht verabschiedet. Mit Joe Biden ähnlicher Dynamik schaute Scholz entlang dieser drei Sternstunden abwechselnd auf den SMS-Traffic oder blätterte Geistesabwesen in einem gelben Papierstapel. Nur wenn ein parteieigener Hobby-Eugeniker über den kausalen Zusammenhang von Bildung und Impfung dozierte, bewegte sich des Kanzlers Haupt unendlich langsam nach links und befreite sich kurz vom Fluch Warburgscher Alt- und Neulasten. Zur Sache selbst gab es von seiner Seite aus nichts zu sagen. Wieso auch Kindersuizide, Masseninsolvenzen, Kollektivtrauma, Astra-Kadaver und sonstige Nebenwirkungen? Fake News, Pipifax, Vogelschiss, Basta. In der ersten Reihe sah man noch den eigentlich relativ überzeugten Impfpflichtgegner Christian Lindner beim Studium haptischer wie elektrischer Kommunikationsunterlagen. Am äußeren Ende leuchteten Turban und Trikot der knallbunt hyperaktiven Innenministerin, die sich während Alice Weidels Ausführungen mit einem namentlich nicht bekannten Minister unterhielt und heimische Äppelwolle Stimmung verbreitete. Sonst da oben auf den Bänken des Hochamts bisschen lesen oder so tun, ein wenig kritzeln oder so tun, ein bisschen Fingernägel feilen, die bestens empfohlene Flatrate-Dominar buchen, kurz den Unterricht stören, danach austreten und ein wenig durchs Bild trödeln. Man kann sich alles leisten, nur nicht sich von Phoenix beim Zuhören erwischen zu lassen. Vor gut zehn Jahren schon empfand Roger Willemsen den Bundestag als Bau der nutzlosen Rede, zeigte sich erschüttert von der virtuellen Zwecklosigkeit im interesselosen Raum und leicht amüsiert vom Rollenspiel all dieser Charaktermasken. Gretel, Polizist, Teufel, Hans Wurst, Krokodil. Auch sah er damals schon die ersten Wolken des ökostalinistischen Wahns einer Endzeitsekte am Firmament. Anfang Februar 2022 stand in der Zeit, dass 83 Prozent der Bundesbürger für ein Handyverbot im Plenarsaal sind. Bereits im November 2017 ermahnte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble die Abgeordneten brieflich dazu, die Nutzung der Geräte während der Redebeiträge einzustellen und vor allem nicht mehr zu twittern und zu fotografieren. Ein paar Hauptstadtjournalisten erkundigten sich darauf hin, wieso es im Bundestag zugehe wie in einer Neuköllner Problemschule. Hauptsächlich, so war zu hören, würde man jene Belange ergoogeln, die man bei der aktuellen Rede nicht so ganz umfänglich kapiert habe. Andere Politiker gaben an, sich lediglich neueste Studien zum jeweiligen Tagungsthema herunterzuladen. Wir haben uns längst an diese Bilder unter der Kuppel gewöhnt, die narzisstische Neurotiker beim Ausüben der schwarzen Pädagogik zeigen. Das Ignorieren und Verachten als Erziehungsmethode geht auf Dauer selten gut aus. Auch stellt sich die Frage nach Sinn und Motiv dieser Selbstdemontage. Da haben typische Vertreter der Methode Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal einen Premium-Job mit oft lebenslanger Absicherung und an den paar Debattentagen die Möglichkeit, sich im Glanz der Größe zu präsentieren, ihre eigene Sichtweise oder meinetwegen Haltung zu schildern, diese öde Lesesaalstimmung aufzumischen, ihrem Stimmvieh Gehör zu verschaffen und ganz nebenbei ein Land zu regieren. Verglichen mit der derzeitigen Problemdimension erscheinen die Nachkriegsjahre wie ein Kirmeswochenende. Von wenigen Highlights abgesehen, wirken die aktuellen Parlamentarier wie lustlose Komparsen einer regionalen Soap. Mag sein, dass dieser Touch bereits zur neuen Young Leader Coolness gehört. Diese Ampel verkörpert ohnehin nur noch ein Biotop Dreier konkurrierender Plagen. Viele ahnen und wenige wissen, dass die entscheidenden Rennen längst gelaufen und die Gewinne ausbezahlt sind und es im weiteren Verlauf darauf ankommt, die vorgefertigten Satzbrocken zeitversetzt und künstlich mit Leben zu füllen. Wie sollen aber normal denkende Menschen das System der offenen Psychiatrie mit heiler Haut überstehen? Neu wählen? Wen denn? Nicht wählen? Hilft nicht viel. Ungültige Stimme abgeben? Das ist ohnehin der Dauerzustand. Die junge Generation heranlassen? Eine sehr gute Idee, wie auch das Herabsetzen der Wahlberechtigung auf zwölf Jahre. Da es zur Lieblingsbeschäftigung des Bundestags zählt, Pakete zu schnüren, wäre es sinnvoll, den Kuppelbau an Amazon zu verticken. Auch ließe sich das Parlament auf eine Person reduzieren. Lottozahlen, Wetter, Fußball und Inzidenzen werden bei Anne, Frank und Maybrit verkündet. Und im Sinne der neuen deutschen Welle empfiehlt sich auch beim Tiefbauprojekt BER ein rasches Umbenennen in einen George Floyd Airport. Ja, wir werden uns viel verzeihen müssen. Zum Thema Toleranz schrieb Fyodor Dostoevsky einmal, sie wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.